Wir sind gerade beim Public Market auf Granville Island, was eigentlich gar keine Insel ist. Wir werden hier eine Kourdi-Tour machen und ganz, ganz viele neue leckere Sachen probieren. Und ja, mal sehen, was dabei rauskommt. Wir haben zwei verschiedene Typen von Sourdough. Wir haben richtig leckeres Fleisch probiert. Das ist sogar jemand, der in Deutschland seine Fleischausbildung gemacht hat. Das war so lecker. Das finde ich richtig gut. Das war so leckeres Fleisch. Das ist gut genug. prendre nach den Ladd ab 97 Yah cancer. Schönensteilicher님이 denouder? Untertitelung des ZDF für funk, 2017